Allah vergibt, du musst nur fragen, Allah hört, du musst nur rufen, Allah beschützt, du musst nur sagen. Aber der Schitan hat uns dahingebracht, dass wir nicht mehr rufen, nicht mehr sagen, nicht mehr wollen. Und das ist dein Kampf, ganz einfach. Konzentrier dich nicht auf das Große, konzentrier dich auf das Kleine. Du musst nur wieder lernen, Allah zu rufen, Allah etwas zu sagen und Allah um etwas zu bitten. Machst du dies und du sagst, ja Allah, wahrlich, ich bin dein Diener und ich bin schwach und kaputt. Wenn du mir nicht hilfst, gibt es keinen, der mir helfen kann. Ich bitte dich, mein Herr, entferne das Schlechte von mir mit deinen schönsten Namen und Eigenschaften. Bitte ich dich, befreie mich von dieser Last und dieser Dunkelheit.